Wird ihr langsam wach? Ja, sehr langsam, Tobi. Ja, sehr langsam. Kannst du machen, sehr langsam wach werden. Neben dir kommt schon ein Reckstreck. Hallo, guten Morgen, ein Reckstreck. Und die Kussizunge ist auch schon wach. Gute Sache, das. Da tut sich noch nicht so viel, ne? Willst du mal das Mundi anwedeln? Hallo. Hallo, Mundi, Mausebein. Du musst noch nicht aufstehen, nein. Du kannst noch weiter schlufen. Ja. Knutis. So ganz wach sei der aber noch nicht, ne? Mautz, ja wo ist denn es? Mautz hat sie gemacht. Karlchen steht zuerst. Coole Sache. Karlchen hat den Stehwettbewerb heute gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.